Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin knapp unter 30.000 US-Dollar, schwacher Wochenstart, Short wurde leider nicht abgeholt. Habe ich ja heute früh schon in der Gruppe announced, werden wir trotzdem nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Auf jeden Fall im Laufe des heutigen Videos. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche und eine erfolgreiche Woche auf jeden Fall, kann man ja auch schon mal dazu sagen. Hoffen wir, dass es so wird. Ansonsten, bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonnieren den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 29.850 US-Dollar traden wir momentan. Wir haben leider gestern diesen Short hier oben bei 30.600 US-Dollar nicht mehr abgeholt. Ich habe es heute früh schon in der Gruppe geschrieben und auch gestern schon im Video dazu gesagt. Das wäre eigentlich die Short-Möglichkeit für mich persönlich nochmal gewesen. Haben wir ja gestern im Video schon darüber gesprochen, dass ich hier oben gerne den Retest, also diesen bearischen Retest an das Golden Pocket gerne gehabt hätte. Leider fehlgeschlagen, wir sind nur ans 0,5er gekommen, sofortiger Abverkauf und dann ging es heute Nacht richtig rund bis auf ca. 29.700 US-Dollar. Aber, wie gesagt, das ist noch nicht wirklich dramatisch. Wir haben kein Lower Low gesehen, das heißt, die Aufwärtsbewegung an sich ist noch intakt. Und ihr seht schon hier, die grobe Form, wie wir darüber gesprochen haben, liegt das Ziel bei ungefähr 29.000 US-Dollar. Einfach um dieses Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung erst einmal zu treffen und dann weiter das Ziel. 32.000 bis sogar 35.000 US-Dollar ist weiterhin das grobe Ziel. Also daran hat sich nichts geändert, es ist auch nicht wirklich viel passiert. Trotzdem wäre es sinnvoll, meines Erachtens nach, wenn wir uns zumindest wieder versuchen, hier oben wieder ein bisschen zu stabilisieren oder über diese Zone hier drüber zu kommen. Wir machen jetzt mal ganz kurz den Weg weg, damit ich euch noch was zeigen kann. Und zwar, wir sind ja gerade auf dem 1-Stunden-Chart unterwegs. Ihr seht, hier haben wir einerseits noch so eine kleine Ineffizienz hier in diesem Bereich zwischen 30.180 und 30.250 US-Dollar. Das könnte dann so die nächste bearish-Hürde sein und gegebenenfalls nochmal ein Short-Entry sein. Denn, wie gesagt, wir haben hier oben diese Ineffizienz. Sollten wir uns diese holen und dann auch hier bearish, sag ich mal, drunter schließen oder nicht drüber kommen, dann ist weiterhin das Ziel, wie gesagt, hier unten unser Golden Pocket bei den 29.000 US-Dollar. Aber wir retesten das gerade nochmal oder backtesten das gerade noch einmal mit dem FIP-Level dazu. Also von unserem Pump-Level bis zu unserer Korrektur seht ihr auch perfekt hier genau, wo die Ineffizienz liegt, liegt unser Golden Pocket von dieser gesamten Abwärtsbewegung, die wir jetzt hatten. Oder was heißt die gesamte Abwärtsbewegung, das sind 800 Dollar. Trotzdem wäre das hier ein bearish-Retest. Könnten wir auch hier relativ enger Stop-Loss oder Tighten Stop-Loss auf jeden Fall traden. Heißt, wir gehen hier am Golden Pocket rein. Ein Stop-Loss würde ich aufgrund der Liquidität, man sieht es hier unten, wo ist die Liquidität genau hier drin, würde ich auf jeden Fall übers 0,786, also bei ungefähr 30.400 US-Dollar legen. Einfach um, sag ich mal, hier nicht unbedingt ausgestoppt werden zu können. Trotzdem relativ risky, wir sind immer noch in einem Abtrend übergeordnet. Das heißt, wir traden hier gegen den Trend, haben aber auch, wie gesagt, unsere Long-Position, die momentan Entry bei, ich glaube, 28.000 oder 29.000, ich glaube, 29.000 hat, immer noch offen. Das heißt, wir können hier ein bisschen, sag ich mal, Risiko eingehen, um gegebenenfalls dann Short hier mitzunehmen und dann mit Ziel 29.000 US-Dollar mitzunehmen. Also das bleibt jetzt erstmal so, wie gesagt, wenn da irgendwelche Signale kommen, dann auf jeden Fall in der Telegram-Signalgruppe, beziehungsweise auch in der Talk-Gruppe, beides. Das ist momentan für mich das einzige Szenario, wo ich hier gegebenenfalls nochmal mit shorten würde, um hier den nächsten Down-Move mit nach unten hinzunehmen. Wir könnten jetzt natürlich argumentieren, erster Down-Move, zweiter und dann der dritte ins Golden Pocket. Wäre so das Wunsch-Szenario, dann hier unten doppelter Boden und dann gib ihm die Woche Richtung 32.000 oder 34.000 US-Dollar. Wir testen nochmal ganz kurz drüben oder schauen nochmal ganz kurz auf den Binance-Chart und zwar möchte ich mir mal ganz kurz nochmal den Daily Close angucken. Der war nicht wirklich beschissen. Also wir haben gestern darüber gesprochen, wir sollten hier auf jeden Fall über dieser Marke von ungefähr 30.200 schließen. Das haben wir gemacht, wir sind noch drüber und dann kam dieser Abverkauf. Das heißt, Daily Sicht und so hat sich nicht wirklich viel geändert, bis auf dass wir weiterhin eben diese Bearish Divergence haben. Dieses minimale Volumen, was jetzt nicht unbedingt für ein weiteres Break-Up nach oben hin spricht. Deswegen diese Korrektur jetzt eigentlich nicht wirklich bearish. Die 29k sind eingepeilt, um dieses Level hier gegebenenfalls nochmal zu testen. Und dann aber wirklich mit neuen Schwungen, neuen Volumen hier wirklich in Richtung 32.000 bis 34.000 oder 35.000 US-Dollar nach oben hin zu traden. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir schon rüber zu Ethereum, aber nicht auf dem Daily, sondern auf dem 4-Stunden-Timefilm. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an, wie sieht es hier aus. Auch hier hat sich sogar noch ein bisschen weniger getan. Momentan das übergeordnete Ziel für mich weiterhin liegt hier unten bei den 1.960 US-Dollar. Nichts geändert. Ich habe ja letzte Woche Freitag, glaube ich, mitgeteilt, dass ich meine Ethereum-Position verkauft habe, beziehungsweise den Gewinn raus habe. Das heißt, hier liegen jetzt nur noch Gewinne eigentlich drin in dieser Position und warte hier jetzt erst einmal ab. Ich werde gegebenenfalls, sollten wir hier wirklich runterkommen in Richtung 1.950, gegebenenfalls nochmal aufstocken, zumindest 50 Prozent, um den Move nochmal mitzunehmen. Maximumziel sehe ich weiterhin hier oben, die 2.445 bis 2.600 US-Dollar. Das wäre so ein bullischer Retest, sage ich auch mal hier, wenn wir hier ins Golden Pocket reinkommen. Schöner Up-Move dann nochmal diese ehemalige Range, die wir hier ewig lange hier getestet haben oder immer wieder rejected worden sind, nochmal zu testen. Wäre nicht gerade unwünschenswert, deswegen hier nochmal runter und dann gib ihm. Dann gehen wir nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe, wie sieht es denn hier aus? Hier hat sich deutlich, deutlich weniger getan. Mir gefällt auch ganz ehrlich diese innere Struktur nicht. Was ich damit meine, ihr habt es gerade bei Bitcoin gesehen, schnellerer Abverkauf mit einem größeren Void. Hier haben wir das Void oder die Ineffizienz bei 2.111, also genau hier knapp unser Verkaufskurs. Das gefällt mir nicht so wirklich für einen Short. Also ich kann mir bei Ethereum dann sogar eher vorstellen, dass wir hier locker ausgestoppt werden oder sogar nochmal ein bisschen höher gehen, weil ich Ethereum ein bisschen bullischer momentan sehe. Deswegen würde ich hier nicht zu einem Short raten. Bitcoin gefällt mir Sentiment besser, gefällt mir, sage ich mal, von der Analyse besser, als jetzt hier in Ethereum Short zu gehen. Wir schauen uns das auch mal an. Es würde grundsätzlich passen, hier oben bei der Ineffizienz in einem Stunden Chart reinzugehen. Ich sage mal Entry 2.111 und Stoploss 2.128, aber ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen an eurer Stelle. Dafür gefällt mir Chart-Technisch. Es ist einfach zu beschissen, würde ich sagen. Klar, die Liquidität liegt hier drüber. Man sieht es auch hier in der Verkaufskette. Die Liquidität liegt hier auf jeden Fall eine Menge. Also da ist schon viel reingekommen. Trotzdem, wenn, dann würde ich eher Bitcoin shorten anstatt Ethereum, weil ich Ethereum deutlich stärker momentan einschätze. Aber wie gesagt, sobald dieses Tief hier unten rausgenommen wird bei den 2.058 US-Dollar, wird es wahrscheinlich relativ flott sogar hier ins Golden Pocket, wenn nicht sogar noch ein bisschen tiefer, sogar bis 1.936 gehen, weil wir hier die nächste Ineffizienz haben mit ordentlich Volumen. Und das Volumen beginnt hier unten bei den 1.919. Also auch hier müssen wir uns ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Ich würde keine Limit Orders ins Golden Pocket setzen. Man muss hier die Situation dann neu beurteilen. Wir schauen mal ganz kurz, sollten wir jetzt hier runter ins Golden Pocket gehen, wären 6% bis 0.786, 8%. Kontrollieren wir das mal ganz kurz mit Bitcoin, wie es da aussieht. 2,8% bis ungefähr 4,27%. Gut, bei einem größeren Abverkauf ist es schon möglich, würde aber wie gesagt hier keine Limit Orders rein sitzen. Das müssen wir dann gucken, wenn Bitcoin ins Golden Pocket kommt und die Ethereum steht hier gerade mal bei den 1.999, ist das auch okay. Aber mit Limit Orders würde ich hier nach jetzigem Stand einfach nicht arbeiten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber ganz kurz zu den News. Wie sieht es dort aus momentan? Ich habe es noch nicht aktualisiert, kein Problem. Okay, Bitcoin und der Kryptomarkt stehen vor diesen wichtigen Ereignissen. Ja, was steht denn an? Die Woche für Bitcoin, eine spannende Woche. Newslage würde ich sagen, eher weniger, aber an sich könnte schon eine entscheidende Woche werden, ob wir hier wirklich die 32.000 oder 35.000 US-Dollar sehen. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was denkt ihr 32, 35 diese Woche? Ich habe ja gestern schon mal eine kleine Umfrage in der Telegram-Gruppe gemacht. Ziemlich, ziemlich ausgeglichen, muss man schon sagen. Ich habe mir ein bisschen mehr in eine andere Richtung erwünscht, aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ja, schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, melde ich mich in der Telegram-Gruppe. Das war es von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen und wenn ihr Bock habt, noch eine Exchange zu suchen, kommt gerne zu BingX. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr momentan 20 und 30 US-Dollar ohne Bedingungen, kostenlos. Könnt ihr ein bisschen verzocken, wenn ihr Bock habt. Und dann war es das von mir. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay good.